Weltpremiere Die Überbauung ErleMatte ist die erste Siedlung, die eine eigene App hat. Das Programm, das jeder Bewohner auf sein Handy kann laden, hilft, 2000 Watt Gesellschaft zu erreichen. Die zeitgemässige Informations- und Kommunikationstechnologie liefert wichtige Daten. Regelmässige Infos über den aktuellen Wasser- und Stromverbrauch gehören dazu. Aber auch Hinweise auf die Einsparmöglichkeiten oder die Bestellung von lokal produzierter Produkten. Die Daten werden dokumentiert und helfen ihnen so Ressourcen zu sparen. Das Areal ErleMatte West hat eine Pionierrolle übernommen. Ziel ist, anderen Siedlungsbewohnern zu helfen, Energie zu sparen. Die Software ist skalierbar auf jedes andere Quartier in der Schweiz oder weltweit. Das wird aktiviert. Die Software ist ontzündete die eventuellen Anführungs- und Kommunikationstechnologie. Das ist eine Art und Weise aufgew� odpowiedet. Das ist einfach noch ein Konkret. Der verschiedene Schnellers- und Kommunikationstechnologie und Stromverbrauch江luft. Das ist einfach so ein Konkret. Wenn man in der Schweiz begint, kann ich das hier nicht hin. Vielen Dank.